Es ist nicht so gut gelaufen, ich weiß. Nicht so gut? Mein Rat, wenn wir nichts tun, dann bist du nächste Woche raus. Wir sind in der Position, etwas bewirken zu können. Das ist ein Privileg, Mein Rat. Er steht jetzt wirklich am Abgrund, Ebba. Noch ein Fehltritt und es ist aus und vorbei. Darf ich? Zum Glück hat er dich als Wachhund. Ich kann ihn nicht endlos schützen. Ich bin tot, du bist eine Fehlgeburt, du warst schon tot, als du aus mir herausgekommen bist. Und trotzdem hast du mich nicht vergessen. Mama! 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 Hau ab! Rücktritt! Ja. Du machst es mit mir? Kämpf dagegen an, jetzt kämpfe! Das versuchen! Nein, versuchen ist nicht genug! Ebba, ich nehme Medikamente! Ja, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, als ich auf mein Rat gesetzt habe. Vielleicht hätte ich auf mich selbst setzen müssen, aber das Feuer lässt sich entfachen. Liebe Parteifreunde, nutzen wir dieses Fest zur Annäherung und nicht um uns zu spalten. Nun müssen wir dieses Fest zur Annäherung und nicht um uns zu spalten.